Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge von Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich habe ein neues Gamepad, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich anders an, aber egal. Ob mir das jetzt unbedingt mehr Skill gibt, sei dahingestellt, tendenziell eher nicht. Aber ein funktionierendes Gamepad ist doch immer was Schönes, finde ich persönlich. Schnauze, ich will zu dem Auftrag. So, ja, wieder das Xbox One Gamepad. Für mich am PC so ziemlich das beste Pad, das es gibt, habe ich mir dann gleich als schnurloses geholt. Ups, Tag, ich bin da mal weg. Ja, das mag ja sein, dass du mich siehst, aber was hilft dir, das ist die Frage. Hilft dir überhaupt nicht, würde ich mal behaupten. Mein Freund und Kopf, ach, hau ab. Ach, seid ihr mir hinterher gelaufen, ja? Schlau, Maier, echt. Ernsthaft. Wie dumm ist denn das? So. Dich nehmen wir natürlich mit hier. Danke. Verräter, 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 Kopfschuss. Tschüss. Sag ich doch. Ach, ach, du, da drüben willst du auch schreien. Ach, kommt, Jungs. Entschuldigung. Wollte dich jetzt gar nicht mit meinem Schwert schreicheln. Das war gar nicht der... Ach, da sind Karaguan oder sowas ähnliches. Taken, ich bin mal weg. Ja, ja, genau. So. Die drei Türme. Etariel hat Nascule... Ach, du ahnst das nicht. Versuch... Okay, starten wir trotzdem. Ja, jetzt ist verkacken. Können wir ja nicht. Es ist... Hatten wir schon. Mhm. Aha. Werden wir das? Äh... Ich kann mir... Ach, komm her. Sie muss erfahren, was geschieht. Möglicherweise beobachtet sie uns bereits. Aha. Diese, äh... Ach, er will, glaube ich, scheinbar unbedingt, dass wir einen Karaguan nehmen. Dann tun wir das doch mal. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Hau ab. Ja, du mich auch. Ja, das ist schön. Da freut ihr mal ein Keks drüber. Ich bin dann mal weg. Und da, ich glaube, noch einen höher. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Vielleicht liege ich auch ganz falsch. Man weiß es nicht. Nein. Also, den haben wir ja schon. Okay. Null von sieben Borgs töten. Na dann. Können wir dich auch gleich mal mitnehmen, du Arsch. Ist mir egal, Burschi. Ach komm, lass das doch mal. Lass das. Ich glaube, das war zu spät. Oder auch nicht. Alter, ist gut hier. Lass mich in Frieden. Alter, ist gut hier. Das war ja mal gar nichts. Das war ja mal überhaupt nichts. Also, sieben Orks töten. Am besten vom Karagor aus. Ja, und woher soll ich mir jetzt einen malen? Bis ich den soweit habe? Da ist einer. Ah, komm hier. Ah, komm. Du willst doch. Du willst doch zu mir. Sei ehrlich. Komm, du willst es doch auch. So. So. Danke. Äh, du mich auch. Du mich auch. Krimp der Auserwählte. Ich bin auserwählte. Und du bist ein Nichts. Ja, ist gut. Ist gut. Ich will jetzt erstmal mit dir gar nichts zu tun haben. Hau ab. Hau ab, sagte ich. Was an Hau ab ist jetzt nicht zu verstehen gewesen? So, jetzt kommt ihr erstmal dran hier. Und dem Rest kann ich mich dann immer noch kümmern. So. Scheiße. Dann machen wir mal folgendes. Du gibst mir mal dein Karagor. Was hältst du davon? Was hältst du mir davon, dein Karagor zu geben? Nein, das ist mir doch sowas von scheißegal, ey. Seh zu, dass du wegkommst. Ah, äh, 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 äh. Komm her. Komm her. Komm her, komm. Komm her. Okay. Okay. Ja, machen wir. Läuft ja. Ups, falsche Taste. Also, der fühlt sich wirklich anders an, das Gamepad. Aber gut, soll nicht das Thema sein. Hallo? Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Wieso funktioniert das jetzt mit dem Ball nicht mehr? Na. Äh, Moment mal eben, Jungs. Und mittels, das ist jetzt mal merkwürdig. Äh. Warum hat das jetzt mal eben kurz den Geist aufgegeben? Hallo? Was soll das? Kann mir auch keiner beantworten. Ich unterbreche mal eben die Aufnahme. Bis gleich dann. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Das nervt gerade so ein bisschen. Du, muss ich jetzt hier mal so feststellen. Lass den armen Karagor in Ruhe hier. Arme, arme Karagor. Das geht mal gar nicht. Na, super. Jetzt der Karagor mit dem Thema durch. Hau ab. Du bist jetzt dran. Hey, hey. Das findest du lustig, ja? Zurück. Ach, du hau ab. Ach, du hau ab. So, dann komm du mal. Warum macht er das? Na ja, jetzt hat er's. Ähm. Ähm. Das ist jetzt aber doof, ne? Das wir den nicht einnehmen konnten, finde ich jetzt mal ein bisschen doof. Wurde verrückt. Na, immerhin. Du machst dich auf, Frau Marx, ja. So, erreiche den zweiten. Hast du dich nicht gefragt, warum Elthariel als Galadriels Klinge auserwählt wurde? Nicht wirklich. Ich weiß sie mir nicht anzuwissen, was in Elbenköpfen vor sich geht. Sicherlich wird diese Galadriel die Beste schicken. Ich stelle nicht in Frage, ob sie die Beste ist, sondern nur, ob sie die Erste ist. Das ist ja toll. Äh, wo gehst du jetzt lang? Wahrscheinlich hier rechts rum. Ähm, nein. Oh. Lassen wir den Ruhe. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Nein, macht ihr nicht. Hier geht mir einfach auf den Senkel. Ja. Da. Ne, da muss man lang. Na, das wird aber außerordentlich knapp. Komm her. Nein, das wird nicht funktionieren. Das wird wieder nichts. Ja, danke. Zu spät. Na, Frust. Frust, Frust, Frust. Können wir das immer aufnehmen. Hast du dich nicht gefragt, warum El-Tariel als Galadriels Klinge auserwählt wurde? Wo soll ich dir jetzt hier mal einen weiteren Karagor herkriegen? Gute Frage. Ich stelle nicht in Frage, ob sie die Beste ist, sondern nur, ob sie die Erste ist. Jungs, verpisst euch. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Nein, nicht schleichen, für sowas haben wir keine Zeit. Ich brauche eigentlich einen Karagor, ne? Ja, ja, geht mir nicht auf den Senkel. Ja, ja, da ist ein Super-Karagor, ist mir egal. Fehlt nur noch, dass er einen Superman-Cape trägt. Ach, wir müssen euch. So, da ist man. Ähm, und nun bin ich jetzt voll... Doch, es trifft ihn doch, du arzt es nicht. So, guten Tag, die Herren. Ich bin mir immer vollkommen egal und fraut ab, ja, Arschlöcher, hin und fort. So, in vorne, dann du aufweg. Und tschüss. Ist mir egal. Ich bin eh eigentlich tot, also von daher kann ich auch hässlich sein. Dann bin ich halt eben ein Jäger-Zombie hier oder so. Man weiß es nicht. 8 von 10 haben wir. Na komm her. Na komm her. Arschlöcher. Ich sehe nichts. Weißer mal. Ja, ja, machst du. Später mal. Ist mir schon klar. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für. Ja, mach mal. Oh, ich habe jetzt gerade keine Zeit für. Und da. Arschlöcher. Ich habe jetzt eventuell das hier wirklich gemacht. Was hältst du davon? So, komm her. So, zünden wir Auserwählte, getötet. So, erreiche den Druck. Ja, ja, offensichtlich. Ah, von der Lust. Haut ab. Kommst du da hoch? Nein. Doch, kommst du. Sehr schön. Ich möchte jetzt uns hier... Da durch. Also wieder Schatten. Das gut ist cool. Ja. Guten Tag, die Damen und Herren. Ja, ich mahde. Hm, Lorm, der Auserwählte. Passt. Ihr gehört dem Hexenkönig. Ist mir egal. Hau ab. Ach, du ahnst es nicht. Ja, 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 ist klar. Wieso ist jetzt... Ich glaub's ja alles nicht. Alter, ich glaub es hack, ey. Dieser blöde Nassgut-Nassgut-Pisser. Alter, diese fucking Nassguts, ey. Oh ja. Ein Traum. Du musst mit den Monstern leben. Du musst eins werden mit ihnen. So besiegst du den großen Betrüger. Sind ja nur Nassguts. Mal gucken, wo ich wieder anfangen muss. Ja, komm raus. Wir beide jetzt rein. Ich hasse Missionen, die auf Zeit zu gehen. Sag mal, könntest du? Könntest du jetzt mal... Hallo. Wie oft denn noch? Ah, komm her. Wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, mein Freund. Sag mal, komm her. Komm. Du willst zu mir. Ah. Ich glaub nicht, dass es noch was zeitlich was wird. Halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ist gut. Obwohl wir, äh. Obwohl wir, äh. Obwohl wir, äh. Wir werden nicht gefährdieren. Also von daher ist es mal ziemlich egal. Selbst wenn wir es schaffen, wird das nichts werden. Daran glaube ich nicht. Selbst wenn ich das viel mitgenommen hätte, den Graub, wäre das nichts geworden. Na komm her. Ja, 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 ja. Das Spiel hat... Ach, und jetzt kommt der Nazgul. Alles klar. Das ist echt hartes Boot, Leute. Könnt ihr mir glauben. Ah, und schon ist der Karagor überschichtet. Arschlöcker. Na komm her. Au, ab. Arschloch. Ah, lass mich in Ruhe. Ich hab... Die Faxen dicke. Na komm her. Alter, das war jetzt mal echt gar nicht die nette, feine Art, ne? Blöder, verfickter Arsch. Blöder, verfickter Arsch. So, lass das. Na komm her. Komm. Kannst du das mal lassen? Habe ich mir schon gedacht. Ich töte dich. Ah, scheiße. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Echt nicht. Wie? Ich suche dich auf. Mal so gar nicht. Du kannst du nicht auf den Sack. 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 Auch wenn es wieder echt eher nicht so prickelnd war. Und sage dann bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.